Hallo und willkommen zu einer neuen Folge New Super Mario Bros. Wii. So, wir waren immer noch in Welt 9 stehen geblieben. Und ich hoffe mal, dass ich heute ein bisschen mehr auf die Reihe kriege. Wir werden einfach mal gucken. Oh nö! Das ist jetzt Mist. Komm her. Das Leben brauchen wir nicht. Brauch deine Schell. Nicht verlieren. So, einmal hier rüber. Einmal da rüber. Zack, zack, zack. Bäh. Ach stimmt ja, da gab es ja keinen Power-Up. Und zack. Nein, nein, nein. Nicht abstürzen. So, ich muss da hoch. Huh. Hallo und tschüss. Oh ja, jetzt wieder an die Münze da hoch. Geht nicht. Moment. Vielleicht geht es doch gleich. Das ist aber da auch wieder ein beschissenes Timing, ne? Nein, fast. Mal testen. Ja. Oh, da hat mich der Mob jetzt so irritiert, ne? Oh, Mann. Wieso war der auf einmal da? Was haben wir denn eigentlich noch für Items? Ja, nicht wirklich was, was ich nehmen kann. Das fängt ja schon wieder genauso gut an wie das letzte Mal. Äh, ja. Ähm. Geh mal weg da. Ja. Komm mal her. Komm, 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 komm. Und zack. Aufzuschellen. Weg damit. Äh. Komm nicht hoch. Äh. Komm nicht hoch. So. Warten. Warten. Wir warten jetzt hier mal. Ich hab's gerettet. Fragt mich nicht wie, aber ich hab's gerettet. So. Jetzt passt hier auch das... Timing. Wow. Und rüber da. Ja, das ist mir jetzt so ein bisschen egal. Hauptsache, ich hab die Sternemünze. Äh. Ja, ich hätte nur mein Power-Up da gebraucht, ne? Na klar. No. Oh, Mann. Oh, Gott. Werde ich diese Levels hier jemals schaffen? Ich weiß es nicht. Ich stelle mich aber auch an. Gib mir doch irgendwie... Keine Ahnung. Propeller, Feuerblumen. Ich war ja hier schon mit einem Propeller drin, ne? Mein Pilz. Komm mal her, du. Äh. Nein. Das kann ich doch schon wieder knicken. Und rüber da. Ja. So. Oh Gott, nehm ich die Shell im Flug auf, ne? Wenn man sowas hinkriegen müsste, bekommt man's... Nicht hin. No. Oh, Mann. Ähm. Ist das... Sind das... Sind das die... Die Fail-Folgen für Welt 9, oder wie? Ich stelle mich aber auch gerade wirklich an. Ja, weil ich hier alle Sternenmünzen haben will, ne? Ohne Sternenmünzen wäre es gar kein Problem. Oh. Komm mal her, jetzt. Oh. Gib mir wenigstens das One-Up wieder. Wenn ich hier schon ein Leben nach dem anderen verliere. Das Timing passt nicht. Oh, weg. So. Wir warten kurz. Okay. Jetzt nur keinen Scheiß machen. Oh, wow. Und rüber. Okay. So. Ha. Komm mal her, du. Ha. Ging's hier nicht rein? Was gab's eigentlich hier? Weg mit der Schell. Ah, was mach ich hier? Ja. 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 Ich brauche doch hier die Eisblume. Oh Gott. Kommt, schneller, schneller, schneller. Die kommt doch wieder raus. Die kommt doch wieder raus. Ich rette das noch. Wo gibt's ja eigentlich irgendwann einen Mittelpunkt? Kann mir das mal jemand sagen? Oh Gott, ich bin so ein Noob. Nee, Entschuldigung, da muss ich wirklich mal zu mir selbst sagen, ich bin Noob. Na, was laufe ich da runter? Wäre ich doch da ganz vorsichtig runtergegangen, dann wäre alles kein Problem gewesen. So. Ähm. Auf ein Neues, ne? Wir kennen das Level ja noch nicht. Oh, no. Und jetzt springe ich, genau. Boah, wir sind schon wieder bei 8 Minuten und ich hab 0% Vorschritt. Null. Wirklich null. Niente. Nada. Oh. Das ist doch hier mies. Jetzt verpasse ich ja auch noch. Nö. Nö. Nö, das sehe ich nicht ein. Nö. Das sehe ich gar nicht ein. Ich brauche das Ding. Ich brauche den Pilz. Kommt da nicht drum rum. Äh, ich muss ehrlich gestehen, mich langweilt das Level schon. Oh, no. Und da ging mein Springenknopf nicht. Oh, ich, 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 na. Ich wollte jetzt eigentlich eine Stunde aufnehmen. Eigentlich. Aber wenn das hier schon wieder so anfängt, ich dachte mir, ja komm, na, jetzt hattest du zwei Tage Pause. Jetzt kannst du hier frisch ans Werk gehen. Ja, von wegen. Nix gibt's. Nö, ich stelle mich genauso an wie das letzte Mal. Kann doch irgendwo nicht sein. Oh. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Komm gehen wir weg. Jo. So, warten Nicht zu hoch springen So, hier rüber Und hier rüber So, wir haben hier schon mal wieder die Eisblume Das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Eigentlich hätte ich den Eisblock mitnehmen können Aber naja Na super Geh weg Und du kusch dich auch Nein Ich komme da nicht mehr hoch Ich könnte, ich könnte es wirklich verstehen, ne? Wenn ihr mittlerweile schon ausgeschaltet habt Ich könnte es echt verstehen, ne? Aber ich glaube wirklich, dass es hier keinen, keinen Midwaypoint gibt, ne? Na super Kommen Sie mal bitte her Genau, spring einfach in den Tod Du hast es verdient Ich mag nicht mehr Jetzt nehme ich schon wieder die Schelle in der Hand, ne? Lass doch mal die Schelle in Ruhe Wow So, wir warten wieder Wir warten wieder Wir warten wieder Okay Das hätten wir schon mal wieder Okay Also die zwei Münzen sind mittlerweile jetzt kein Problem mehr Jetzt kommt wieder die Schelle Jetzt nehme ich das Ding aber mit So Komm her Oh, falsch So Du bist jetzt erstmal leise Von dir möchte ich gar nichts mehr hören Oh Gott Oh Gott Ich habe mich jetzt schon wieder in den Abgrund springen sehen, ne? So Und jetzt nur keinen Scheiß nicht machen Na klar Na klar Ist da das Ziel, oder wie? Ähm Oh Habt ihr es gesehen? Da war der Abgrund Oh Gott Wir haben es geschafft Zwei komplette Folgen an einem Level gesessen Wow Hey Leute Aber so leise betut, ne? Ich werde ja einen kurzen Cut machen Äh Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von New Super Mario Bros. Wii Das ist Bis zum nächsten Mal.